Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserer Espresso-Runde zum heutigen Thema digitale Daseinsvorsorge auf dem Land. Welche smarten Konzepte gibt es dazu? Unser Gast ist heute Gerald Swarrath. Guten Morgen, Gerald. Guten Morgen auch Dirk. Gerald Swarrath ist Leiter des Berliner Kontaktbüros des Fraunhofer Instituts für experimentelle Software Engineering. Was das genau heißt, kannst du vielleicht gleich noch mal in der Espresso-Runde erklären. Gerald Swarrath hat aber auch Bücher zu dem Thema geschrieben. Er schreibt die Konzepte und was ich total spannend finde, er ist Geisteswissenschaftler. Das heißt, dass er das Thema auch gerne aus einem philosophischen Blickwinkel betrachtet, womit der Dirk als Jurist heute fertig werden muss. Und damit übergebe ich das Wort an Dirk Arendt und der Vollständigkeit halber noch Leiter des Public Sektors bei Trendmicro. Wunderschönen guten Morgen. Das war jetzt echt eine Herausforderung, Karin. Und wir haben es im Vorgespräch ja schon gemerkt. Meine Herausforderung ist, ich muss Gerald an der einen oder anderen Stelle stoppen, wenn er anfängt zu philosophieren. Gerald, aber mal ganz kurz vorweg, wir haben immer so eine Standardfrage. Bist du morgens so der Tee-Trinker, der Kaffee-Trinker oder auch tatsächlich Espresso-Trinker? Ja, ich bin tatsächlich Kaffee-Trinker morgens, ja. Aber heute Espresso-Trinker aus Leidenschaft. Und mit Sicherheit, Dirk. Vielen Dank, vielen Dank. Oder war das dein Karlauer? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Aber ich versuche immer auf Sicherheit hinzuweisen. Die zweite Frage, die wir in den letzten Wochen immer gestellt hatten, war Digitalministerium, ja oder nein? Jetzt sind wir ja einen Schritt weiter. Wir haben eine Bundesregierung. Das ganze Thema Digitales ist jetzt so im Verkehrsministerium wieder. Hättest du lieber ein Digitalministerium gehabt oder siehst du ganz viel Hoffnung jetzt in diesem Verkehrsministerium, was ja auch Digitales jetzt plötzlich heißt? Ja, ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus immer gesagt, ich hätte kein Digitalministerium gebraucht, aber ich hätte es jetzt auch so jetzt nicht gebraucht. Ich glaube, es wollte jetzt keiner mehr wirklich haben oder hatte da nicht die richtigen Leute, die noch frei waren. Und dann ist es jetzt so gekommen. Und ja, mir als Geistwissenschaftler ist es natürlich zu kurz jetzt die große Transformation unserer Gesellschaft in ein Verkehrsministerium zu stecken. Das ist schon bitter. Aber ich muss auch mal sagen, Philosophieren ist fies. Ihr stellt mich das da schon so. Ich mache jetzt nicht den Precht. Also es gibt Philosophen, die durchaus das Recht haben, sich so zu nennen. Ich stelle halt manchmal andere Fragen, die nicht nur mit Bits und Bytes zu tun haben. Was es ja so spannend macht, zu diskutieren. Und ich gebe mir auch wirklich Mühe. Vielleicht mal vorweg. Wir haben mit dieser Espresso-Runde angefangen vor einigen Monaten, haben mittlerweile echt so eine kleine Gruppe. Und ich bekomme auch lustiges Feedback. Also zum Beispiel bekomme ich mittlerweile schon Espresso-Bohnen-Empfehlungen. Ich habe mitgekriegt, dass wir nicht nur Zuhörer, Zuschauer aus Berlin und Bayern haben, sondern es gibt sogar Leute, die aus Estland zuschauen und zugucken. Also von daher mal herzlichen Gruß nach Estland. Und vielleicht können die oder wir dann auch einige Beispiele aus Estland mal diskutieren. Aber kommen wir mal noch zu einem anderen Punkt. Ich habe mein Büro extra umgeräumt. Du lebst in Berlin. Du lebst am Rande von Berlin. Du lebst in Spandau. Wir hatten es ja schon, die Havelperle. Ich habe extra deinetwegen 750 Jahre Spandau. Da warst du, glaube ich, noch gar nicht geboren. Aber ich habe es extra für dich aufgehängt. Ja, danke, Dirk. Kommen wir mal zu dem Thema, das ist ja auch die Überschrift, Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge im ländlichen Rahmen und dann digitale Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge umfasst die staatliche Aufgabe zur Bereitstellung der für ein menschliches Dasein notwendig erachteten Güter und Dienstleistungen. Was hat es mit der Digitalisierung zu tun? Wo ist da die Herausforderung? Ja, also ich glaube, das Erste ist, dass es auch nicht mehr ganz reicht, nur sozusagen mit diesem Versorgungsgrundsatz an das Thema ranzugehen, sondern da ich davon überzeugt bin, dass wir uns schon gerade in einer Wandelzeit befinden, dass es auch einen Befähigungansatz geben muss. Das heißt, wie gelingt ein eigenständiges, ich versuche jetzt nicht gleich zu esoterisch zu werden, und selbstbestimmtes Leben beispielsweise in einer digitalisierten Gesellschaft. Das beinhaltet Teilhabe, sowas wie Digital Literacy beispielsweise, oder Chancengleiche. Was ist das? Digital was? Literacy, oder wie man das auch immer noch nennt. Ich bin kein Verfechter, dass man jetzt jeder in der Grundschule Informatik haben muss als Fach, sonst könnte man auch sagen, man bräuchte Philosophie, um mal rational Sachen zu durchdenken. Also ich meine halt so, wir haben dieses Bildungsproblem in Deutschland. Wir sind super in speziellen Bildungssachen. Wir haben Top-Ingenieure, aber diese allgemeine Kompetenz, also ich würde das ungern in verschiedene Kompetenzen unterleiten, sondern die Kompetenz mit dem Leben und den Dingen in Dialog zu treten und damit klar zu kommen und sich auch anzupassen an neue Gegebenheiten und auch damit umzugehen, dass wir Kinder jetzt für Jobs ausbilden müssen, die es noch nicht gibt, sozusagen. Also diese Zukunftskompetenz, die gehört für mich auch dazu und die hat auch in Stadt und Land bereit zu halten und halt auch nicht nur für unsere super neue, extrem hohe Mittelschicht der Berliner Großstädte, sondern auch für die, die jetzt in den Lockdowns den Leuten und die Gorillas und all die, die sozusagen, wenn man nach Reckwitz geht, in dieser neuen Drei-Klassen-Gesellschaft im Prinzip nach unten fallen. Und das heißt, es gibt verschiedene Lebenswirklichkeiten, die wir mit dem Konzept abholen müssen. Und deswegen glaube ich, dass der digitale Wandel halt viele gesellschaftliche Entwicklungen noch verschärft. Und deswegen auch diese Aufspaltung der Gesellschaft schon noch auch verdeutlicht und die auch zwischen Stadt und Land stattfindet. Und das heißt, Digitalisierung macht einerseits diese Infrastruktur-Themen, die du meinst, effizienter. Dann kannst du sagen, es ist toll, wie ich immer sage, die Blockchain-optimierte KI-Mülltonne. Aber auf der anderen Seite hat es auch so Sachen, die für die Zukunft dann wichtiger sind, wie wir ein gutes Leben führen mit all diesen digitalen Möglichkeiten und Problemen, die damit einherkommen. Das ist also nicht nur Wasser und Telekommunikation. Warte, 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 warte. Ich muss, glaube ich, ich glaube, du könntest anderthalb Stunden reden. Ich muss da irgendwie ab und zu unhöflichermaßen dazwischen krätschen. Aber es ist ja auch super spannend. Aber wo siehst du jetzt den großen Unterschied zwischen der ländlichen Region und der Stadt? Ich meine, du wohnst so in Berlin, fast schon in Brandenburg. Du hast den Blick auf beide Seiten. Wo ist der große Unterschied? Ja, ich sage mal, das ist der ländliche Raum von Berlin, um mich ein bisschen zu entschuldigen. Naja, es ist einerseits, dass wir schon mal nicht so einen Schmelztiegel an innovativen Leuten haben, um so ein Ökosystem zu machen, der Wissensarbeiter, diese Wissensökonomie, die hier in Berlin super Infrastruktur hat. Und vor Ort haben wir dann, dass dort viele, die gut ausgebildeten, wegziehen. Der Trend kommt jetzt hoffentlich zurück. Das ist meine These. Aber das heißt, wir haben von diesen klassischen alten Infrastrukturen das Problem der Masse. Und sie sind dann nicht mehr rentabel. Und wir haben natürlich auch den Ausbau von schnellem Internet. Und das begünstigt halt den Effekt, dass die Regionen immer weiter ausdünnen. Und wir sozusagen auf der einen Seite die klassischen Infrastrukturen nicht mehr mit den alten Geschäftsmodellen funktionieren. Und auf der anderen Seite es kein gutes Lebensumfeld mehr gibt, um ja für Familien und Arbeitnehmer ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort zu sein. Und dort sozusagen auch Fortbildungsmöglichkeiten, Möglichkeiten der Gemeinschaft, wie entwickelt sich eine Gemeinschaft vor Ort in einem Dorf, Ökosystem. Also beispielsweise, es fehlen auch die sozialen Gefüge. Es gibt keine Kneipen mehr. Es gibt keine vitalen Marktplätze mehr. Und das gehört für mich mit dazu. Aber ist das nicht für die meisten Leute auf dem Land oder auch in der Stadt, dieser Marktplatz, ist das nicht Facebook geworden oder andere soziale Netzwerke? Hilft das nicht? Ja, das hilft. Aber ich würde mich vielleicht schon die Frage stellen, ob so Sachen wie Geborgenheit in Beziehungen sich beispielsweise virtuell abbilden lässt. Und genauso, ich bin mir auch nicht sicher, ob sich Gemeinschaft virtuell abbilden lässt. Es lässt sich in der negativen Spirale von Telegram lässt sich schnell eine Gemeinschaft finden, die mich selber in die Echokammer zieht. Aber ich glaube, das andere findet, und das ist auch die große Krise der Stadt, das muss halt im Realen vor Ort stattfinden. Dass man gemeinsam eine essbare Stadt baut, dass man gemeinsam am Kinderratten ein Beet macht und renoviert. So, das sind Sachen, die vor Ort Erlebnisse schaffen, die sich halt nicht abbilden lassen. Und deswegen haben wir keine Konzepte für die Innenstädte heutzutage, weil wir denken, das ist ein Problem der VR-User-Journey, die die Marketing schon irgendwie klären wird. Jetzt haben sich ganz viele Menschen in den letzten Jahren mit riesigen Smart-City-Projekten beschäftigt. Und warum bist du dann jetzt so der Außenseiter, der sich plötzlich so mit dem ländlichen Raum, mit Smart Country beschäftigt? Warum ist das eine Chance? Ja, es ist nicht nur eine Chance, denn die Zeiten sind schon, du weißt selber, Dirk ist der Grund, warum ich 2014 mit Smart Country auch angefangen habe. Damals war es eine Chance, die aber auch da schon einen handfesten politischen Hintergrund hatte. Und gerade gestern kam wieder vom Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Befragung raus, jeder zweite Deutsche hat kein Vertrauen ins politische System. Und wir sehen in den ganzen Wahlergebnissen, insbesondere in den ländlichen Regionen, dass die versprochene Zukunft aus den politischen Kongressen nicht für alle zutrifft. Das heißt, 47 Millionen Menschen in Deutschland leben in eher ländlichen Regionen. Und was haben die von diesen ganzen Themen, wie sie in den letzten 15 Jahren besprochen haben? Was bringen die die Smart-City-Programme in Friedrichshafen, der Telekom beispielsweise, dass da großartig gescheitert ist? Und das sind halt andere Konzepte, die gebraucht werden. Und das war der ganz klare Anspruch zu sagen, wenn man nicht jeden zurücklassen will, jeden zweiten Menschen, dann müssen wir über alle reden. Und Deutschland ist halt im ländlichen Raum nicht nur als romantischen Rückzugsort fürs Wochenende mit Schimmeln und Kutsche, wo man seinen Hochzeitsantrag macht und dann wieder nach Friedrichshain flüchtet, sondern da sind sehr viele Hidden Champions. Wir leben von den ganzen Eigenarten, Dialekten und diesen ganzen lokalen Traditionen. Und die sind auch ein Schutz in einer, ja, wir sehen ja gerade Populismus wieder im Rückzug auf die Nationalstaaten. Ich glaube, eine stärkere regionale Verankerung schafft auch da ein Gegengewicht, um zu sagen, wir brauchen das nicht, sondern wir haben viel mehr innovative, kleinere Regionen. Und ich glaube wirklich und bin da gerne im Gegensatz zu vielen, dass ich glaube, dass die größten Innovationen, auch sozialen Innovationen, die auch aus den Regionen wieder in die Städte kommen werden. Und wir werden sehen, dass die Quartiere versuchen, es den Dörfern nachzumachen. Das bedeutet, Baumscheiben behäkeln, Grün in der Stadt, essbare Stadt, Permakultur. Dieses Ganze, warum müssen Schulen in Kasernen stattfinden, die eine Mischung aus Kasernen und was weiß ich sind, warum macht man das nicht mehr draußen? Wir haben hier überall wieder Kitas, die in den Grunewald gehen. Das heißt, ich glaube, wir werden diese ganzen innovativen Trends finden eher in den kleineren Strukturen statt. Und das wird anders sein, als man es noch gerade postuliert, dass Schmelztiegel der Innovationen der Stadt stattfindet. Da möchte ich mich anders positionieren und sagen, Corona war der letzte Fanal, das viele innovative junge Leute in die Dörfer zieht und dort die Innovationen geschehen werden. Ich würde jetzt gerne wissen, wie du deiner Frau den Heiratsantrag gemacht hast, aber lassen wir mal sein. In der Uckermark, glaube ich. Auf den Schimmel. Jetzt forscht ihr da schon eine ganze Weile. Was sind denn so die Projekte, die Ergebnisse aus diesem Projekt, wo du sagst, Mensch, das sind so Sachen, die kann man dann auch woanders hintragen, die kann man multiplizieren, dass dann von allen profitieren? Ja, also um dich auch ein bisschen zu befrieden, also auch in der Daseinsversorge ist es natürlich auch ein Handlungsauftrag, der wirklich auch digitale Infrastrukturen betrifft, die auch neu sind. Also das ist nicht nur die Blockchain-Mülltonne, sondern auch gerade Hype-Themen wie Datenplattformen und digitale Zwillinge, die dann auch ein absolutes Muss sind und die sozusagen, aber auch man sich überlegen muss, kann man das auch wieder den Kommunen überhelfen? Also wir kommen ja immer mehr Sachen zu den Kommunen und da komme ich zu diesem, welche Rolle hat eine staatliche Ordnung jetzt auch in dieser neuen Zeit und muss man sowas zentraler bereitstellen? Das ist auch das, was Forschungsprojekte zeigen. Kannst du alles der kommunalen Ebene überhelfen, dass die alles noch selber betreiben müssen? Oder lässt sich nicht, siehe OZG und diese Freiburger Forderungen oder wie die waren, dass man doch wieder mehr dieser Kfz-Zulassung, das alles zentralisiert, damit die Kommunen wieder mehr Zeit haben für den Dienst an Bürger. Und das ist die Debatte, die man jetzt auch bei Datenplattformen digitalen Zwillingen führen müsste. Und auch sowas wie unsere digitalen Dörfer. Warte, warte, warte. Du weißt, ich bin stolzer Vater von Zwillingen, die sind aus dem Gröbsten raus. Jetzt erzählst du mir das von digitalen Zwillingen. Heißt das, jetzt geht der ganze, jetzt geht das alles wieder los. Aber was bedeutet digitaler Zwillingen? Genau, das ist die Frage, die sich auch gerade sehr viele Kommunen stellen, obwohl sie das in ihren Förderanträgen drin haben. Und das hätte man vorab zum Beispiel durch ein Bundesinnenministerium mit so einem größeren Förderprogramm mal klären können. Das ist jetzt der Werbeblock für mein Institut. Wir haben jetzt im Nachgang mal eine Studie dazu geschrieben, warum Smart Cities was mit digitalen Zwillingen machen wollen. Und im Prinzip ist das ja ein bekanntes Konzept aus der Industrie 4.0, dass es virtuelle Abbildungen von realen Dingen gibt. Und das heißt, man kann Produkte, Maschinen oder Produktionsanlagen abbilden und halt auch versuchen, sowas wie Städte zu machen, die natürlich sehr komplex sind von den ganzen Systemen. Und dieses virtuelle Abbild ist natürlich dann über Sensorik und Netzwerke eigentlich in Echtzeitverbindung mit der realen Welt. Und diese bidirektionale Steuerung ist für mich die Vision eigentlich hinter den digitalen Zwillingen. Das heißt, man könnte auch die physische Welt steuern und man könnte halt, hat eine sehr, sehr gute und Möglichkeiten zur Überwachung und Simulation und automatisierten Reaktionen auch. Aber Überwachung ist ja gerade ein Thema, was wir vielleicht, wir haben viele, viele Überwachungskameras mittlerweile in der Innenstadt. Ich wollte Systeme überwachen. Und das stellt natürlich auch eine große Herausforderung auch an die Sicherheit von Städten, um auch mal was natürlich zu euch zu sagen. Das kann man von bei Design fordern, aber das ist eine Riesenherausforderung, die jetzt ja auch immer mehr zunehmen wird. Ich kann sicher noch an anderer Stelle reden. Insofern ist es gut, dass Leute wie du, die auch die Sprache von Menschen wie mir sprechen, hier in dem Diskurs mit drin sind. Und weil ansonsten, ich erkenne das Thema als sehr wichtig an, bin dem aber auf, ja, auf der sehr technischen Ebene dann leider auch ausgeliefert. Ja, lass mich mal auf die über diese Zwillinge reden. Heißt das, wir bauen jetzt überall so Modelle von den Sachen oder geht es in eine andere Richtung? Du musst es mir als Jurist ja immer ein bisschen öfter erklären, das kennst du ja. Wen meinst du denn mit wir, muss ich dann zurückfragen. Oder dir als Jurist, um die Frage zu stellen, es kommt drauf an, müsste meine Antwort ja sein. Ist das nicht die? Die Standardantwort, genau. Nein, aber was bedeutet so ein digitaler Zwilling jetzt für mich, wenn ich auf dem Dorf lebe? Ich gucke da auf die Elbe. Was bedeutet es für mich und meine Nachbarn hier? Ja, das glaube ich ja eben nicht, dass es so wichtig ist. Wir sind gerade erst am Anfang, dass diese Konzepte auf die Datenplattformen eigentlich von der Verwaltung kommen und auch gerade erst Use Cases vielleicht entwickeln, die dir Verwaltung helfen. Das ist ja meine Standardkritik, dass man Strategien, die sich Smart City und Smart Region nennen, nicht nur aus der Verwaltung denken kann. Und das heißt, ich glaube nicht, dass es bislang große, tolle Use Cases gibt. Da können mich gerne Leute im Chat massiv beschimpfen, die dort einen Mehrwert im täglichen Leben von Familien machen. Ich kann mir vorstellen, dass es Use Cases irgendwann geben wird, wie man den Zufriedenheitsgrad und den Happiness vielleicht messen kann von Städten. Und wenn das transparent ist, dann könnte das durchaus auch ein Hebel sein. Also es kann ein Hebel sein, um Verwaltungsleitungen zur Transparenz zu zwingen beispielsweise, wenn die Dinger wirklich offen sind. Ich glaube, das wird noch ein interessanter Moment, wenn man feststellt, dass diese Transparenz natürlich nicht nur Sachen betrifft, die die Bürgermeisterchen gern hören wollen. Ja, okay. Du hast jetzt ein bisschen so Kritik anklingen lassen an diesen ganzen smarten Konzepten. Jetzt, so Smart City sind so diese Beispiele, du rennst mit deinem Smartphone von Laterne zu Laterne und die geht dann an und wir können, ist das wirklich so dieses Konzept, was so eine Smart City oder dann an die ländliche Region übertragen wirklich braucht oder hat das nicht eher andere Anknüpfungspunkte, die das Leben sinnvoller und ertragreicher machen könnten? Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen zugespitzt, weil ich da schnell in die Rolle reinrutsche, weil es mir auch leicht von der Lippe geht. Der Verhinderer. Ja, das ist fies. Das muss ich jetzt deutlich verneinen und sagen, dass wir bislang in Europa und Deutschland gut gefahren sind, einen bedächtigen Weg der Digitalisierung zu gehen, Dirk. Und deswegen würde ich mich nicht als Verhinderer, sondern als Mahner ansehen, dass es nicht um Digital First geht, sondern um Denken First. Und ja, also ich glaube, dass wir beides brauchen. Also datenbasierte Förderprogramme, die unter der Prämisse der Nachhaltigkeit stehen und der kommunalen Souveränität, sollten in dieser Legislaturperiode definitiv kommen. Kommen wir gleich auf die Legislaturperiode. Ich habe noch so ein Beispiel für dieses Smart, was, ich habe ein lustiges Foto in den letzten Tagen irgendwo gesehen und die Kolleginnen und der Kollege aus Estland können das vielleicht bestätigen. Es gab so ein tolles Bild in Tallinn, glaube ich, fahren so ganz viele kleine Lieferroboter. Die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Teletubbies oder so. Und das funktioniert super. Und das hat man die entwickelt und die laufen und so. Und plötzlich passiert was ganz Verrücktes in Estland. Es hat geschneit. Und die stehen dann da alle. Also mittlerweile können die wohl sprechen und sagen, Mensch, schieb mich doch mal an oder so. Aber so dieses, da ist was Cooles, Smartes, Lieferroboter, die wie doof durch die Straßen fahren. Ich will die vielleicht bei mir gar nicht haben. Ich weiß, ich bin auch am überlegen, am Zweifel. Aber dann kommt so ein Naturereignis, was nicht unerwartet ist, dass es im Winter auch mal schneit. Also so. Ja, genau. Und da muss ich natürlich völlig überspitzt fordern, dass es doch jetzt endlich mal der Punkt ist, wo wir über Fußbodenheizung in Städten nachdenken müssen, weil das ja nicht sein kann, dass unsere lineare technologische Innovation, die schließlich verantwortlich ist für unser gesamtes Wohlstand, Wohlfahrts- und Wohlstandsverständnis seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dass das jetzt tatsächlich an natürlichen Gegebenheiten scheitern kann. Das ist genauso wie diese elenden Bienen. Wenn es die nicht mehr gibt, brauchen wir eben Bestäubungsdrohnen. Und wenn man das nicht zu Ende denkt und hinterfragt, ob das wirklich sein muss, ja, das ist schon bitter sowas. Also schön, dass es solche Meldungen noch gibt. Ich wünsche mir weiter und dass es nicht eine Frage meines Einkommens ist, dass ich Menschen als Pfleger und als Paketzusteller habe. Wir sollten vielleicht eher darüber reden, wie man die besser bezahlen kann. Zwei schöne Stichworte, Bienen und Bitter. Wir haben in den letzten Wochen einen Espresso-Gast gehabt. Die Dame war aus Bitterfeld und hat smarte Bienen gehabt. Also die kontrollierte permanent, wie die Bienen einfliegen, wohin sie fliegen und so weiter. Also das war jetzt der Werbeblock. Wenn wir über dieses ländliche Reden, über die ländliche Region attraktiver zu machen, ist es da nicht aber auch so ein Punkt, dass man so über alltägliche Sachen nachdenken muss, dass man vielleicht einfach mal sagt, okay, wir brauchen eher funktionierende Krankenhäuser als irgendwelche smarten Ansätze. Ja, es ist natürlich schwierig jetzt sozusagen Ordnungsparadigmen mithilfe von digitaler Vernetzung lösen zu wollen. Und wenn du jetzt sagst, diese Privatisierungswelle der 80er und 90er Jahre, die beispielsweise auch in Berlin den Wohnungsmarkt, die Krankenhäuser und viele kommunale Lösungen der Daseinsvorsorge wurden ja privatisiert. Und jetzt kommen wir natürlich in eine Zeit, auch die da wieder ein bisschen zurückdreht. Also wir kommen jetzt schon dahin, ich glaube, Reckwitz hat jetzt wieder diesen eingebetteten Liberalismus da vorgeschoben als Begriff, nicht vorgeschoben, sondern wieder in die Diskussion gebracht, dass sozusagen die Regulierung bei gleichzeitiger Offenlassung und Akzeptanz, dass wir in einer globalisierten Wirtschaft sind, das hinzukriegen. Und das sind jetzt wirklich die Debatten, wie die ordnungspolitische Funktion des Staates da ist in diesen Bereichen. Und natürlich ist das eine Debatte, aber zeitgleich müsste die Digitalisierung dabei helfen, dass wir Pflegenetzwerke aufbauen können vor Ort, dass wir auch Lösungen haben, die es dem Personal in den Notarztwagen einfacher macht, die Leute in die Krankenhäuser zu bringen, wo die richtigen Geräte sind, wo Betten frei sind. Das sind Sachen, die wir auch gerade viel testen, dass man da sozusagen im Wagen schon die richtigen Infos hat, besonders in Flächenländern. Und diese Pflegenetzwerke vor Ort lassen sich auch über digitale Ökosysteme miteinander vernetzen. Aber es folgt alles unter der Prämisse, dass es ein Mehr an Miteinander und an sozialen Kontakten eigentlich geben muss. Und dann muss das parallel laufen. Die digitalen Dörfer, Entschuldigung, muss ich ja sagen, die beruhen ja alle nur darauf, dass wir versuchen, die Gemeinschaft zu stärken. Da haben wir ja sowas wie den Dorffunk sozusagen, der das Facebook fürs Dorf ist, um es platt zu sagen, in der man dann auch so eine Menge Melder integrieren kann und in dem man viele Sachen sozusagen einfach im souveränen Betrieb der Kommune dann beispielsweise auch lösen kann. Das ist dann keine neue Erfindung, aber es sind Möglichkeiten, selber diese Sachen bereitzustellen. Man kann meckern über Hyperscaler und Netzwerke, über Telegram. Du kannst es versuchen zu verbieten. Aber wenn man keine attraktiven Alternativen schafft, dann wird diese Regulierung ins Leere laufen, weil die dann andere Wege finden. Trump baut seine eigene Plattform. Und wenn wir dann nicht die Mittel, die wir jetzt haben, konsequent durchziehen, wie eine nachverfolgende Netzwerke, dann ist das hohen die Debatte, weil sie halt wieder nicht ernsthaft geführt wird. Aber jetzt hast du genau die Aufmerksamkeit hier und kannst mal Forderungen an die sich neu gegründete Regierung, an die einzelnen Ministerien aufstellen. Was wären so die Sachen, wo du sagst, das müssen wir jetzt wirklich richtig schnell mal unbedingt angehen? Ja, damit überforderst du mich jetzt. Ich möchte mich jetzt hier nicht, ich bin ja zum Glück nicht ein handfester Lobbyist, der jetzt hier seine Themen durchbringen will. Ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin eine ernsthafte Förderung haben, dass wir das besser machen, dass wir auch die kommunale Ebene gut fördern. Und ich glaube eigentlich, dass wir auch mit dem Koalitionsvertrag einen guten ersten Aufschlag haben, der, wenn er ernsthaft konkretisiert wird, auch in die richtige Richtung geht. Wenn wir Nachhaltigkeit als Prämisse von vielem ansehen, wenn wir auch soziale Gerechtigkeiten mit drin haben. Und ich sehe da schon, ja, also von mir kriegst du jetzt keinen Fünf-Punkte-Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssten wir schon genauer reingehen in die Voraussetzungen der einzelnen Häuser und was es schon gab. Ich würde mir manchmal schon wünschen, dass es eine koordinierende Rolle gibt, die erstmal Pläne verfasst und die dann verteilt auf die Ressorts. Ja. Glaubst du, dass oder siehst du dieses Thema, was ja existenziell wichtig ist, in der Politik angekommen? Nehmt jetzt diese neue Bundesregierung, ist es ein, im Koalitionsvertrag finden sich so ein paar Hinweise, selbst in diesem Vorartpapier waren Hinweise drin? Glaubst du, dass es mit der Wichtigkeit angekommen ist? Ja. Ja, ich glaube schon, auf dem Papier auf jeden Fall, wie es sich dann in der Umsetzung darstellt. Das wird auch sehr viel davon abhängen, inwieweit man sich auch treiben lässt. Und das gelingt nur, wenn man früh genug auch gesellschaftliche Kräfte mit einbindet. Also das heißt, ich bin schon auch dafür, dass man sowas, Project Together hat es zum Beispiel gezeigt, dass man diese sozialen Innovationen, dass man diese ganzen Akteure und auch versucht, sowas wie unser CoLab mehr einzubinden und darauf zu hören und auch versucht, mehr in die Region da zu gehen. Aber ich glaube schon, dass wir eigentlich mit der Wissenschaftsförderung und auch den Ministerien, wie sie jetzt sind, schon eigentlich gute Voraussetzungen haben. Aber ja, ich bin also eigentlich zuversichtlich. Die Referate heißen immer noch Smart City und da taucht die ländliche Region ja gar nicht auf. Also das ist ja auch so ein Hinweis, dass man da noch ein bisschen backern muss. Lass mich einen Satz. Du hast eben das CoLab angesprochen. Sag mal, du hast einen Verein gegründet. Genau. Es gab früher ja mal so einen Multi-Stakeholder-Verein, das Collaboratory. Und das haben wir neu gegründet. Das wurde dann geschlossen, weil man der Meinung war, es bräuchte das nicht mehr, diese Diskussionsform, weil es hat auch jedes Unternehmen sowas. Und jeder hat, genau wie jetzt jeder einen Ethikbeirat hat. Und wir haben jetzt festgestellt, dass man das schon braucht, dass man auf Augenhöhe in neutralen Foren Themen wirklich durchdenkt, die man vielleicht sich in drei Jahren dann fragt, Mist, warum haben wir das nicht vor drei Jahren durchdacht? Wie hat Smart Country 2014? Oder die digitalen Zwillinge. Genau, die digitalen Zwillinge. Oder jetzt Metaverse beispielsweise. Aber es gibt einige Themen, die man mal mit vielen Perspektiven und unabhängig von Institutionen wirklich dann durchdenken sollte. Und da wünsche ich mir, dass das auch ein Aufruf. Alle die, die auch merken, dass sie in den eigenen Organisationen, dass das nicht reicht, wie sie da denken können. Es gibt Räume, wo man das kann, diese nach Chatham House Rule. Und da arbeiten alle auf Augenhöhe. Und da kann man die Papiere schreiben, zu denen man sonst nicht die Kraft hatte. Also der Aufruf, sich am Collab zu beteiligen. Gerald ist schon wieder die halbe Stunde vorbei und ich muss gestehen, ich bin stolz, dass ich ein bisschen zu Wort gekommen bin, was ja nicht unbedingt in der Annahme war. Letzte Frage. Der treueste Zuschauer dieser Runde hier ist meine Mama. Und ich soll dich von meiner Mama fragen, was die Promotion macht. Ei, ei, ei. Ja, der Erste Weltkrieg, ich wollte über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs promovieren. Das gelingt, nimmt gerade wieder bei mir einiges Fahrt auf, weil ich viele Parallelen sehe. Und auch wenn dann vielleicht kein Doktortitel darüber steht, werde ich versuchen, ein Buch zu schreiben, das meine Themen miteinander verbindet. Und deine Mutter darf gerne als allererste mein Exposé lesen. Würde sich freuen. Nein, aber vielleicht nochmal der Hinweis, du hast wirklich auf dem ganzen Thema Smart Country mit Willi zusammen, Willi Katzscharowski ein Buch geschrieben, da kann man viele Konzepte nachlesen. Und das, was mir am meisten im Bewusstsein von damals geblieben ist, das war, ich überlege die ganze Zeit den Namen, diese Plattform, wo man die öffentlichen Bäume, Streuobstwiesen, wie hießen die denn? Mundraub hieß das, ja. Genau, vielen Dank. Einfach mal googeln, mundraub.org war es, glaube ich. Da kann man einfach gucken, wie, wo öffentliche Bäume, wo man sich Obst, also der Städter, der aufs Land rausfährt. Gerald, vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir werden uns in einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal treffen. Wir werden mal gucken, was die Regierung in dem Bereich macht. Gucken vielleicht auch, was wir zusammen noch ändern müssen können und wo man vielleicht das Thema Sicherheit und nicht im Sinne von Überwachung, sondern eher im Sinne von Absicherung all diese Aktivitäten mit einbringen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dir und deiner Familie schöne, ruhige Weihnachten, dass alle mal gesund sind, dass du mal in Ruhe arbeiten kannst an der Promotion und einen guten Rutsch. Danke dir.